da und damit herzlich willkommen zurück so bevor ich es vergesse beim letzten mal wollten wir unbedingt schauen was das hier ist nachdem unser pc komisch aufgehangen hatte ich glaube ich freue mal ein paar fackeln wir wollen ja nicht dass wir ständig monsters bauen deswegen tue ich das ausleuchten jetzt muss ich hier irgendwie ich bin ich gehe mal zurück moment bruchstein aber wo dann aber wo ein theoretisch da habe ich sie nicht egal sind wir uns irgendwo stürm ich jetzt auch nicht wirklich so die kaktus haben wir drinnen 41 das geht ja wir wollen jetzt erst mal noch ganz kurz das minister ausschalten dann gehen wir raus und kämpfen noch ein bisschen das ist natürlich jetzt sehr sehr dunkel habe ich essen dabei habe ich direkt heilungs tragen ist auch eine geile idee muss man schauen ob man direkt überhaupt monster finden dann kann man gucken ob man direkt heilung finden brauchen sooo schauen wir mal sooo schauen wir mal sooo schauen wir mal okay jetzt muss ich überlegen wie ich das mache stirb doch da sooo aua alter überdreht's doch mal einfach okay da ist noch so einer Okay Moment mal, also irgendwie Okay das ist jetzt natürlich sehr hell Moment, Optionen Grafikeinstellungen 50% Also irgendwie Irgendwie ist das... Null, der hat das TNT. Oh, sehr schön. Ich dachte schon. Irgendwie ist das mit dem Shader momentan ein bisschen... Ich habe da nur 12, 13 Bilder pro Sekunde. Ich habe mir gedacht, es geht, aber irgendwie sieht das doch schon ein bisschen laggy aus, ne? Stub, 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 stub. Oh, sehr schön. Bevor er mich anschießen konnte. So, hoffen wir mal, dass wir noch ein paar Viecher finden, denn ich würde gerne mindestens Level 25 werden. Ich bin schade, dass die keine verzauberten Würgen tropfen. Ach doch. Schlag 1, langweilig. Zubeleitschaft ist für Folge 800, dann musst du leider auch du, musst da dein Soll zu beitragen. Du bist nochmal Teil des Sets Blaze, ne? Ich habe es ja von mir engagiert, das kriegt monatliche Bezahlung dafür. Keine Angst, zahlt Respawn-Punkte, das kommt dann später wieder. Och, wow, 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 ist halt, alter, ich jetzt einen. Oh, ich hasse es ja mal, ein Creeper, wenn man ein Creeper so, wie, ein Creeper, weißt du? Hinter mir ist eine Spinne. Ich drehe mich aber gerade in der Hoffnung, was Besseres zu finden, jetzt gerade nicht um. Okay, hier ist eine Schlucht, da will ich, das ist nicht unbedingt was Besseres. Nicht wirklich zumindest. Ich würde lieber irgendwie hier drüber kommen. Ja. Alter, ich hätte Schiss, das ist der... Ich lasse gerade, wuh, und unten bist du. Wir sind, ach, wir sind hier? Hm. Okay, hier ist keine Schlucht. Hier hinten auf der Wiese ist doch eigentlich immer so ein guter Spot zum Feikten, gell? Feikten. So. Ich muss auch aufpassen, dass ich gar nicht zu lange aufnehme. Ich glaube, ich habe jetzt 30 angefangen, 12.30 Uhr. Anderthalb Stunden muss ich aufnehmen jetzt noch. Jetzt bin ich bei 14 Uhr. Weil, dann ist schon Folge 799. Ja, na klar, noch mehr, noch mehr, bitte. Ah. Oh. Okay, Dorfmenschen. Wo kommen hier die Dorfmenschen her? Oha. Schießt ja die genau zu mir, ich glaube sehr wohl. What the fuck? What the fuck? Wo kommen die ganzen Viecher her? Boah, ist das krass. Äh. Lass mich bloß in Ruhe. Stopp. Nein. Nein. Och komm schon. Kann da nicht sein. Ich hasse es. Was war das denn mit den ganzen Viechern, ey? Ich hätte nie wieder ohne Tränke vor die Tür gehen oder so. Einfach so 5 Trilliarden Tränke mitnehmen, einfach um zu demonstrieren, übertrieben. Aua. Aua. Scheißvieh. Todespunkt. Bleib bitte weg. Haben wir wieder alle 30 Level verloren, macht sich natürlich super bei unserem Vorhaben, was wir haben, so schnell wie möglich Level zusammen zu bekommen. Da kann man sowas natürlich gut gebrauchen. Dieses dumme Skelett, Alter, ja. Ich weiß, einerseits finde ich Skelette cool, weil sie halt zu schwer sind, andererseits ist es, alter. Andererseits ist es halt noch mega übertrieben an manchen Stellen. Wenn du drei Skelette hast, wie wohin, dann, du hast gesehen, das ist eigentlich gar keine Chance. Überhaupt keine. Das Ding. Halt die Fresser. So. Jetzt können wir uns die 30 Level nochmal zusammen sammeln. Oh, ist das zum Ärgern, ey. Ja, das Problem ist halt, dass ich hier echt keine Monsterfalle habe. Normalerweise, wenn du gegen Monster kämpfst, solltest du dir schon ein paar Tränke oder so mitnehmen. Jetzt sind momentan auf der Minecraft als Playwelt. Aber ich habe halt keine, ich habe halt keine Monsterfalle. Und darum muss ich halt jedes Mal raus und Level zusammen. Und es ist einfach... Es ist einfach gar nicht so einfach, wenn du jedes... Oh. Alter, guck mal, was hier passiert ist. Das ist... Ach, sieht schon cool aus, muss man mal sagen. Also, es ist nicht so, dass es so scheiße aussieht. Alter. Ich muss ja vielleicht mal einfach eine Hühnerfarme machen, dass ich genug Pfeile habe. Dann tue ich mir nur noch aus der Ferne schießen. Dann mache ich gar nicht mehr so von Weitem, äh, von Nahem, sondern dann gehe ich nur noch in die Ferne und schießen. Dann habe ich solche Probleme nicht. Das Problem ist halt, die Hühner an sich, äh, quatsch, die Skelette an sich geben nicht genug Pfeile, dass man damit alles abschießen könnte. Aber man müsste sich also wirklich eine Hühnerfarm bauen. Also, jetzt bin ich hier wieder. Ich bin ja auch blöd. Äh, ja, klasse. Wir haben gerade echt wieder 15 Level verloren, die wir in einer Folge mühsam erkämpft haben. Und jetzt sind wir wieder am Anfang. Ich hasse das. Ich hasse sowas. Das ist Minecraft. Nicht aufregen. Also, wenn ihr mich sowas aufregen, dann wisst ihr, ich bin einfach angenervt. So. Wo geht's denn hier hin? Na nö. Ich dachte gerade, ich habe eventuell eine der Hacken nicht mehr dabei. Das wäre jetzt Katastrophe geworden. Ich sehe da eine Menge von diesen Feuerskeletten. So könnte man die theoretisch auch suchen, ne? Interessant. Interessant. Aber ich will hier gar nicht sein. Ich will hier wieder zurück. Obwohl. Doch, ich glaube, ich will hier sein. So. Level 10. Die lassen gerade echt gut viel Bögen droppen. Das gefällt mir. Da kann ich mir wieder ein paar craften. Dann kann man die verzaubern. Hier ist noch dunkel. Was ist denn jetzt? Kommt die denn alle her? Was? Die Mucke ist gerade geil. Zum Beispiel. Ah, was ist das denn für die geile Mucke, Alter? Da frage ich mich, warum ich sowas hier nicht mitnehme. Was habe ich denn jetzt? Ich habe hier Glück-Effizienz. Ich habe hier eine normale. Ich mache hier eine normale Male. Komm. Da war ich wieder so überladen, wahrscheinlich, dass ich keinen Bock mehr habe. Warum tue ich die ganze Zeit Zäune irgendwo hin klatschen? Da war ich wahrscheinlich so überladen mit irgendwas. Hätte ich keinen Bock mehr dann. Da war ich wieder ein Skelett. Hier ist doch ein Spawner, Alter. Vielleicht habt ihr gerade schon wieder eins gesehen. Ne, hier nicht. Bis zum nächsten Mal.